Ja, hallo und willkommen zu Stranded Deep. Wie ihr sehen könnt, es hat sich ein bisschen was getan. Das ist der sogenannte Experimental Build, also das ist so eine montane Version des Spieles, wo die halt rumexperimentieren, wo man halt schon sehr früh neue Sachen sich runterladen kann und nicht das offizielle Update. Ich war neugierig, ich wollte wenigstens mal reinschauen, was sie hier so tun. Und wie ihr seht, wir haben hier ein sehr realistisches Meer, also krasse Wellen und das sieht auch echt gut aus. Ich konnte jetzt in den Optionen gerade nicht, oh Gott, da kommt mal rein, vielleicht sollte ich mal an Land gehen. Ich konnte, uah, wie das wackelt. Ich konnte jetzt leider in den Optionen nicht viel einstellen, weil mir dann das Spiel abstürzt. Alles ist auch noch sehr instabil, besonders mit Windows 10, wo ich eigentlich mit DirectX 11 oder 10 das laufen lassen, sollen könnte, aber es geht nur auf DirectX 9, weil sonst kann ich das Spiel gar nicht erst starten. Ja, also... Ihr seht auch da hinten Felsen im Hintergrund. Und es ist schon cool. Also, das kann man nicht meckern. Das Problem ist halt, ich hab das Gefühl, ich wackele immer noch. Das ist mein Charakter. Muss der jetzt erstmal... Oder wackelt der jetzt immer, wenn der zur Seite geht? Oh Gott. Also, was sie hier am Rumexperimentieren sind, sind halt wieder auch nur optische Sachen, größtenteils. Wobei es... Es gibt andere Pflanzen. Man kann, glaube ich, Bananen sind das oder so. Ich versuche mal darüber zu kommen. Ja, es gibt wohl Bananen. Es gibt anderes Baumaterial, soll es geben. Ich hab, ähm, mehrere Probleme damit, aber, ähm... Ich mein, es sieht toll aus. Es ist ja auch eine richtig große Insel jetzt, ähm... Ich denke, an den... An der Optik kann man sich, ähm... Ein paar Stündchen lang erfreuen, aber dann war's das auch. Ich find's halt echt schade. Also, dass sie jetzt, ähm, es so rumgemacht haben, dass sie sagen, wir stecken jetzt erstmal, ähm, unsere Energie in die Optik, aber nicht in den Spieleinhalt. Ich hätt's andersrum gemacht. Ich hätte erstmal einen guten Spieleinhalt geboten, und dann kann man ja immer noch optisch nachbessern. Ähm, weil so... Ich hab halt irgendwann nichts mehr von... Ich... 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 Es ist so schade. Ich würde halt in diesen wunderschönen... In dieser wunderschönen Inselwelt dann aber gerne halt auch was tun, aber ich hab nichts zu tun. Außer mir eine Hütze zu bauen und dann war's das wieder. Ähm, das find ich super schade, muss ich schon sagen. Äh, dass sie da... Ich nehme an, dass sie selbst halt dieses Programmieren irgendwie mehr Spaß daran haben, ähm, optisch das halt zu verbessern. Dass ihnen das halt Spaß macht, deswegen machen sie das. Ähm, das ist ja auch okay. Ich mein, das... Wenn sie da Lust zu haben, ist ja ihre Sache, das so zu tun, aber... Ich find's echt schade. Ich würde zu gerne hier so richtig spielen können, irgendwas... ...damit dann halt auch anfangen können. Ich geh mal da rüber. Aber außer Häuschen bauen und von Insel zu Insel paddeln, kann man halt leider nichts tun. Und mein zweites Problem, was ich jetzt gerade mit diesem Experimental-Bild habe, ist, ähm, mir wird schlecht beim Spielen. Ohne Scheiß. Äh, ich... Deswegen versuche ich auch gerade sehr, sehr langsam zu gehen und mich nicht mit Q und E nach rechts und links zu be... Äh, mit W und D nach... Hallo? W-A-S-D. Mit A und D nach rechts und links zu bewegen, weil diese Bewegung hier... Da wird mir schlecht, ähm, wenn ich das im Gehen mache. Und auch, ähm, mit dem Boot auf den Wellen, ähm, es ist sehr cool, dass das Meer jetzt so realistisch ist, aber das Ganze rumgewahnke. Ich bin niemand, der, ähm, gut auf dem Schiff aufgehoben ist. Deswegen, ich werde eher seekrank. Und das Spiel ist für mich so nicht spielbar. Also dieses hier, ich geh mal nach rechts und ich geh mal nach links und dann auf dem Meer auch nochmal hoch und runter, mir wird's dann schlecht. Früher oder später. Wenn sie das... Also wenn sie wenigstens die Figur, ähm, ruhig gehalten hätten, dass die sich nicht so... Ich mein, so, zur Seite lehnt. Wenn ich laufe, lehne ich mich ja auch nicht zur Seite mit meinem Kopf. Also, ich weiß es nicht. Hm, weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Aber es gibt bei Spielen ja solche Realismus-Fanatiker, aber die treiben es dann halt so weit, weil man das Spiel dann nicht mehr spielen kann, dass es wirklich dann höchstens nur noch irgendwie ein Simulator, der es übertreibt. Ich kann unter Wasser, kann ich mich aufhalten. Ich wollte euch auch nochmal die fertige Hütte zeigen. Ähm... Ich habe weitergebaut, ich habe sie fast fertig. Äh... Ich muss mal gucken, ob ich das Spiel nochmal rekonstruieren kann, damit das auch läuft. Die Hütte. Äh... Irgendwas wollte ich jetzt sagen. Ich hatte nur, ähm... Ich hatte es auch aufgenommen, nur ist mir dann meine Festplatte beim letzten Mal vollgelaufen. Deswegen habt ihr die fast fertige Hütte nicht mehr sehen können. Es tut mir leid. Ich gucke gleich nochmal, ob ich das Spiel wieder in den alten Zustand bekomme und dann, dass ich die Hütte vielleicht nochmal zeige, dann hänge ich das hier hinten dran. Also die, die Inseln sind jetzt schon ziemlich cool. Man gewöhnt sich, ich gewöhne mich so ein bisschen an die Bewegung langsam. Trotzdem, es gibt ja Leute, die sind noch empfindlicher als ich und wenn die das dann spielen oder wenn sie es vielleicht auch nur gucken wollen. Ich befürchte, da wird es einigen Leuten schlecht bei. Wo habe ich eigentlich mein Boot jetzt stehen? Ich bin jetzt, glaube ich, einmal über die Insel rüber. Ich meine, es ist ja auch toll, dass man jetzt so eine große Insel hat, aber dann wäre es halt auch schön, wenn man hier irgendwas finden würde. Habe ich eigentlich irgendwas im Rucksack? Oh, immer noch so laut wie eh und je. Ein Messer. Wollen wir gerade gucken, ob es sich sonst noch irgendwas geht. Achso, die Uhr wurde momentan abgestellt. Fische wurden momentan auch abgestellt. Das ist halt jetzt, wie gesagt, das ist nur dieses diese experimentelle Version. Deswegen das ist nicht offiziell, dieser Patch. Wahrscheinlich findet man deswegen auch nichts. Finde ich sonst irgendwas. Yucca gibt's. Ich glaube, die Bananen könnte man irgendwie auch das Banane. Schon keine Ahnung. Andere Pflanzen kann man, glaube ich, auch eigentlich kaputt machen jetzt. Ich habe vergessen, wie Bananen aussehen. Also ich meine, die Pflanze der Banane ist nicht die Banane selbst. Ich habe vergessen, wie Bananen aussehen. Ich versuche noch mal mit dem Boot zu fahren. Ja, man sieht auch hier so mehr Treibholz noch. Wie gesagt, alles aber halt eine optische Sache. Und halt Material, was man irgendwie zum Bauen benutzen kann, hat sich wohl auch noch ein bisschen was ergänzt. Potato, ach so. So, nehmen wir mal das Paddel. Jetzt geht's wieder raus aufs Meer. Man hatte ja sonst schon immer Probleme im Boot zu bleiben mit den Wellen, wird das jetzt natürlich ein Spaß. Wobei ich da auch gar nicht, also gegen die Wellen habe ich auch nichts wirklich. Außer, dass ich nicht weiß, ob ich, wenn ich das lange spiele, halt mit dem Auf und Rauf und Runter und so, besonders wenn die Figur am Land sich dann auch noch so bewegt, ob ich das aushalte. Ansonsten was natürlich cool ist mehr. Ups. Äh, komm ich da? Ja. Gibt's hier irgendwas? Ne Taschenlampe. Konsol ins Gesicht gepfeffert. Da hoch. Äh, da jetzt, ähm, okay, 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 okay. Lass mich rauf. Wir paddeln mal ein bisschen zu einer Insel rüber. Gucken, dass ich drauf sitze. Es läuft natürlich auch noch nicht so gut. Es frisst sehr viel, also es, diese Wellen. Ich kriege gerade so 30 FPS zustande. Mein Boot, es wackelt. Ja, jetzt muss der Hai ja wirklich nur mal so kurz antippen und ich fliege raus. macht das Ganze natürlich wieder ein bisschen spannender, aber ansonsten. Warum gebt ihr mir nicht mehr Inhalt? Es ist so traurig. Sagt sie so ein Lachter. Ne, aber es ist echt, es ist schade. Äh, ich habe das Gefühl, ich bewege mich nicht vorwärts. Ich will da hinten zu dieser Insel. Uah. Huch. Okay. Ein bisschen sehr türkis, das, ähm, flache Wasser. Also ich meine, das ist farblich, passt das ungefähr, aber, ähm, es leuchtet ein bisschen sehr. Vielleicht. Ich meine, solche Sandstrände, die können schon sehr türkis aussehen, aber, also das Wasser da, das Flache, aber das sieht jetzt so auf die Ferne so ein bisschen komisch aus. Oh Mann. Komme ich da heute nochmal an? Das ist halt, bei dieser, bei diesem Wellengang ist natürlich auch schwierig. Zu paddeln. Anstrengend. Wo können wir uns nicht so ein bisschen, eigentlich müsste man, das wäre lustig, wenn man sich tatsächlich auch von den Wellen so ein bisschen treiben lassen könnte. Weil momentan bewegen die sich ja auf die Insel zu. Aber sie nehmen mich nicht mit. Das wäre jetzt dann super realistisch. Irgendwo da ist der Hai unterwegs, der jetzt natürlich Probleme mit den Wellen hat, weil er da oben drüber schwebt. Ja, der Hai schwimmt nicht mehr ganz unter Wasser. Ja, das ist aber halt auch ganz, ganz neu jetzt rausgekommen, glaube ich, mit diesem, mit den Wellen. Sieht man halt auch, dass sie da noch Probleme haben mit der Insel. Das passt nicht. So, ich hänge gerade etwas am Boot fest. Ja, wie ich schon das letzte Mal sagte, Urlaubssimulator. Jetzt nun wirklich. kann man sich die Brandung anhören, Sand ein bisschen spielen, ein paar Kadi trinken und Bounty essen. Ja, so. Aber es ist schön, dass die Inseln jetzt teilweise auch so hoch sind. Hier könnte man zum Beispiel dann so eine kleine Hütte bauen, dann ein bisschen Aussicht. Und ich bin immer noch versucht, alle Schiffswracks anzutauchen, obwohl ich weiß, dass da nichts Neues drin ist. Aber wir können das da trotzdem gerade mal machen. Durch die Wellen. Oh, okay. Steine. Da sind, glaube ich, zwei Boote ineinander gekracht. Ich habe das Gefühl, es schwimmt sich schwieriger. Ja, das ist halt wie gesagt, da ist so das Übliche drin. Oh. Ich habe Sauerstoff gefunden. Ja, man geht also auch schön mit den Wellen mit, oder? Man schmurzt man erst. Jetzt. Hui. Ich wollte eigentlich da hochschwimmen. Mehr Sauerstoff. Ja, schön. Klar, jetzt finde ich coole Sachen. Jetzt, wenn ich diesen Spielstand nicht wirklich spielen möchte, kriege ich coole Sachen. Okay. Okay. Ja, gut. Aber nur, dass ihr mal seht, was das Spiel noch so alles demnächst wohl vielleicht auch irgendwann offiziell bringen möchte. So von der Optik her. Ich schwimme mal ganz schnell wieder an Land. und dann werde ich aber auch meine Aufnahmen beenden vor mir schlecht wird und das Spiel dann wieder auf den aktuellen offiziellen Stand bringen, gucken, dass ich meinen Spielstand wieder laden kann, damit die zurückkommen zu unserem Häuschen und dass ich das gerade noch zu Ende baue. Baum. Ja, Baum. Ah. Cool. Baum mit Sticks. Da haben sie ja tatsächlich mal was Sinnvolles getan. Äh, ich meine, also, ja. Das finde ich ganz nett. Also von diesen Bäumen kriegt man jetzt Sticks. Auch wenn die Sticks dicker sind als die Bäume. Weil ich mache ja nichts. Ich mache nichts. Ähm. Ja. Dann probiere ich das gleich mal. Ob ich noch meine alte Hütte zum Laufen bekomme. Bis gleich. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe beim letzten Mal dann bei der letzten Aufnahme das Haus, die Hütte, zu Ende gebaut, was leider nicht mehr aufgenommen wurde, weil meine Festplatte voll war. Aber das ist sie jetzt fertig mit Veranda. Und das Feuer geht auch wieder. Das war ein bisschen verpackt, aber jetzt nach dem Einlocken funktioniert das wieder. Ich habe Wolli auf die Veranda gesetzt, den Speer mal dahingestellt und den Wassereimer. Es fehlt nur noch irgendwie so eine Bank oder ein Stuhl oder irgendwie was. es fehlte eigentlich auch nur noch die, ähm, es fehlen die Dächer. Die habe ich jetzt drauf gesetzt. Unser Kram liegt im Haus, unser Bett steht im Haus. Ja. Und ich glaube, ja, das ist so die Hütte, die mir bisher am besten gefällt. klein, aber fein. Mir gefällt's. Und mit diesem Bild möchte ich mich eigentlich jetzt auch von Stranded Deep verabschieden. Es waren hier und da ein paar spannende Momente mit Haien und, ähm, Festungen auf hoher See. Dann hatten wir ein paar ruhigere, fast urlaubsmäßige Folgen. Ein paar Baufolgen. Und damit ist eigentlich auch dieses Spiel jetzt erschöpft. Ich habe alles gefunden und entdeckt, was ich entdecken wollte. Ich habe Wolli gefunden oder Wilson, wie auch immer man ihn nennen möchte. Was ich nicht gesehen habe, war ein Wal und noch einen anderen Fisch, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich würde mich echt freuen, wenn die Entwickler noch ein bisschen mehr Inhalt bringen und nicht nur tolle Optik. Auch wenn gegen die tolle Optik wirklich nichts zu sagen ist, das habt ihr jetzt, äh, ja, am Anfang dieser Folge gesehen. Und, ja, minus die Seekrankheit, die man dabei bekommt. Ich bin mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall immer noch weiter ein Auge auf Stranded Deep haben. Mal gucken, ähm, was sich da noch tut. Und falls ihr irgendwann mal mehr Inhalt bekommen, werde ich es bestimmt noch mal zur Hand nehmen. Bis dahin aber verabschiede ich mich jetzt von euch und von Stranded Deep. Und ich hoffe, ihr findet vielleicht dann Gefallen an anderen Projekten, die ich noch mache. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.